Ja, ganz herzlichen Dank, Werner. Das freut mich auch total, einen Vortrag darüber zu halten. Und ja, also das ist immer, es war wirklich super, jetzt nach langer Pause mal wieder nach La Gamba zu kommen. Und deswegen lasse ich auch gleich am Anfang nochmal so ein bisschen diese Aufenthalte Revue passieren. Vielleicht nochmal ganz am Anfang für die meisten werden das sicher wissen, aber vielleicht gibt es ja auch noch ein paar neue Zuhörer, wo das überhaupt liegt. La Gamba, ich meine, viele kennen die Station. Das ist also mit dem Regenwald der Österreicher im Süden von Costa Rica gelegen. Also hier so eine Übersichtskarte. Das ist im Jenedes Golfo Dulce, gehört zur Provinz Punta Arenas an der Pazifikküste Costa Ricas. Man sieht auch auf der Karte oben links, das ist also am Bereich mit tropischem Regenwald. Während im Nordwesten gibt es also auch Trockenwälder in Costa Rica und dann im Gebirge, im Zentrum gibt es auch gemäßigte Wälder und sogar Paramos, die baumlos sind. Also Costa Rica ist halt extrem fliegestaltig. Haben wir ja auch bei Einführungsvorträgen zum Teil schon gehört, wenn die Leute das Webinar schon gesehen haben. Da wird das ja auch alles vorgestellt. Aber nun mal kurz zur Einordnung. Und ich habe jetzt auch in meinem Vortrag mich wirklich auch schwerpunktmäßig darauf beschränkt, auf diese Region. Das ist auch ganz wichtig, denn die Arten sind sehr unterschiedlich in den verschiedenen Regionen. Schon auf der Karibikseite und der Pazifikseite und natürlich dann nochmal im Bergregenwald und im Hochland sind wieder ganz andere Schmetterlingsarten. Also es sind kaum die gleichen wieder. Es ist eine so große Diversität auch innerhalb des Landes, die man dort beobachten kann. Ja, vielleicht mal erstmal ein paar Bilder noch aus der damaligen Zeit. Das war also das erste Praktikum war im Jahr 2006. Da war nur eine kleine Runde von Studenten mit. Das war auch ganz gut zur Eingewöhnung und um das Land überhaupt mal kennenzulernen. Für mich war das erste Mal auch länger in der Neotropis mit Schmetterlingen zu arbeiten, mit Ausnahme eines kleineren Aufenthalts in Brasilien noch viel früher. Und auch das hat Werner mitgeleitet. Das war also so der Anfang. Dann gleich im Jahr drauf, 2007, waren wir dann schon eine größere Gruppe und haben uns auch ein bisschen mehr noch im Land umgesehen. Man sieht hier also die Truppe mit Werner auch im Bergland von Costa Rica. Dieses Mal war noch der Christian Schulze mit dabei, ein anderer Assistent auch von der Uni Wien. Der ist hier links im Bild. Und da waren dann auch, ja, also nicht nur Schmetterlingsthemen, sondern auch zum Beispiel Vögel waren auch ein Punkt, die bearbeitet wurden. Und aus dieser Zeit gab es dann auch eine Publikation schon mal, in der wir die Diversität untersucht haben in verschiedenen Habitaten um die Station herum. Also man sieht hier die, ja, ausgefüllten Bereiche. Das sind die natürlichen, naturnahen Habitate, also Primärwaldgebiete. Und die anderen, das sind dann die stark gestörten Bereiche, also Sekundärwälder, Ölpalmen, Plantagen oder die Weiden in der Umgebung. Und das ist ja auch das Besondere, dass in der Nähe der Station La Gamba sehr unterschiedlich anthropogen beeinflusste Habitate zu finden sind. Und das war also eine gute Gelegenheit, das auch zu studieren. Und man sieht also auch sehr schön in dieser Abbildung, dass also diese gestörten Habitate sich doch relativ ähnlich sind, während die Primärhabitate, obwohl die also räumlich auch nah beieinander liegen, ja, also es hat nichts mit der räumlichen Entfernung zu tun, sehr viel unterschiedlichere Artenausstattung haben. Was eben zeigt, wie wichtig der Erhalt des Regenwalds ist, weil man sonst in den gestörten, also nur eine kleine Auswahl immer wieder der gleichen Arten findet. Also das kann man hier ganz gut sehen. Die Publikation war mit dem Konrad Fiedler, das war mein damaliger, ja, der Leiter des Departments, wo ich hier angestellt war, an der Uni Wien. Dann war ein Jahr Pause, weil da war eine Exkursion nach Indonesien mit dem Christian Schulze zusammen und Konrad Fiedler. Und dann im Jahr drauf war ich nochmal mit dem Johannes Späte dort. Der ist hier ganz in der Mitte zu sehen, vor diesem eindrucksvollen Baum mit einer richtig großen Gruppe von Studenten diesmal. Und da haben wir also sehr unterschiedliche Themen bearbeitet, darunter auch Schmetterlingsthemen, aber auch Themen zu Bienen zum Beispiel, weil das der Schwerpunkt Johannes' Arbeit ist. Zum Beispiel die tollen Prachtbienen, die es da gibt und andere. Und im Jahr drauf nochmal wieder auch mit Johannes Späte eine Gruppe von Studenten diesmal hier. Das ist in einem Vulkan, glaube ich, gewesen, Irasu wahrscheinlich, wo wir also auch wieder verschiedene Themen bearbeitet haben. Und so ein paar Schlaglichter stelle ich zwischendurch dann im Vortrag auch vor. Was wir auch gemacht haben, wir haben dann auch nochmal eine neuere Auswertung gemacht. Und man sieht hier auch nochmal sehr schön bei den Schmetterlingen, dass die einmal die Unterschiede zwischen Kulturland, Sekundärwald und Primärwald, also deutlich mehr im Primärwald. Man sieht aber auch, dass jedes Jahr auch die selbst die geschätzte Artenzahl immer wieder gewachsen ist. Also man kann mit bestimmten Methoden aus den tatsächlich gefundenen Arten auch Artenzahlen schätzen. Aber auch diese Werte steigen immer weiter an, insbesondere im Primärwald. Man braucht also sehr viel Zeit, um wirklich das Arteninventar dieser Region zu erfassen. Das ist halt nicht so einfach. Und ja, also wir sind jetzt schon bei über 200 Arten gewesen. Die Zahlen zeige ich auch gleich nochmal. Dazu kommt also neben diesen Projektpraktika gab es auch natürlich auch andere, die sich damit Schmetterling beschäftigt haben. Insbesondere möchte ich hier Helena Binz nochmal erwähnen. Die hat also sich mehrere Monate in La Gamba aufgehalten und hat dort auch Fallen aufgestellt, so mit Früchten, um Schmetterlinge anzulocken. Und das ist eine Methode, mit der man dann auch Arten findet, die sonst sehr versteckt leben und die man sonst kaum zu Gesicht bekommt. Sie hat auch Markierungen vorgenommen, um also festzustellen, wie lange die Falter leben, mit sehr erstaunlichen Ergebnissen. Die werden nämlich zum Teil relativ alt, viel älter als das so bei uns so der Fall ist. Ja und aus all diesen Ergebnissen dieser Exkursion und auch dieser Arbeit ist dann auch im Jahr 2010 ein Buch entstanden, das es ja auch immer noch gibt, die Butterflies of the Gulf of Dulce Region. Das hat der Harald Krenn auch mitgearbeitet, mehrere Studenten. Und das zeigt also einen schönen Überblick über die Diversität, aber auch nur einen kleinen Ausschnitt. So einige Daten vielleicht mal, sodass man eine Idee hat, wie die Diversität dort ist. Also Costa Rica ist ein Land mit 51.000 Quadratkilometern, ist also etwas kleiner als Österreich. Und dort sind ungefähr, ja wahrscheinlich ist das schon wieder ein bisschen veraltet, über 1300 Tagfalterarten bekannt. Da muss man jetzt auch sagen, ja der Vortrag heißt die Schmetterlinge La Gambas, aber man weiß so relativ wenig über die Nachtfalter bisher. Man weiß nur, dass also Tagfalter ungefähr nur 10 Prozent aller Schmetterlinge darstellen. Also das heißt wahrscheinlich gibt es dort ungefähr 15.000 Schmetterlinge, aber viele Arten sind auch noch unbeschrieben und eine genaue Zahl weiß man gar nicht. Von diesen Tagfaltern sind bisher 280 sicher nachgewiesen. Es gibt sicherlich noch deutlich mehr und die werden sicher in den nächsten Jahren dann noch gefunden. Zum Vergleich, in Österreich gibt es mal 215 Tagfalterarten, ja, also nur ein kleiner Ausschnitt und in Wien 135. Ja, also man sieht, Costa Rica ist sehr artenreich. Generell ist die Neotropis, also Süd- und Mittelamerika, die artenreichste Region für Schmetterlinge. Und ja, Costa Rica mit seiner Diversität von Lebensräumen steht da auch sehr weit oben. Noch etwas mehr gibt es dann vielleicht noch in Peru, in Ländern, wo es noch andere, noch höhere Gewirke gibt. Aber Costa Rica ist dann schon sehr, hat eine sehr hohe Diversität. Ja, und dann war ich eben sehr froh, nach langer Pause mal wieder dieses Jahr in Costa Rica zu sein mit einer Studententruppe der Uni Potsdam. Und diesmal war der Thomas Schmidt mit dabei. Der ist hier zu sehen und hat auch gleich ein Schmetterling auf der Hand. Das war also eine tolle Möglichkeit. Das ist diesmal übrigens kein Projektpraktikum gewesen, sondern eine Exkursion. Das ist ein bisschen anders als in Wien und wir haben auch relativ viel Zeit außerhalb Lagambas verbracht in den verschiedenen Lebensräumen. Also wirklich alles vom Trockenwald bis zum Paramow. Und in Lagamba haben wir aber auch einige Tage verbracht und haben da erstmal eine spezielle Studie durchgeführt. Und zwar ein relativ umfangreiches Fang-Wedder-Fang-Experiment mit drei relativ häufigen Arten. Das ist im Regenwald eher schwer zu machen, weil die meisten Arten da eher selten sind. Also eine hohe Diversität, aber eine geringe Individuendichte. Und deswegen haben wir uns für diese Experimente eine Ölpalm-Plantage ausgesucht. Die ist halt nicht so divers, aber die Arten, die dort vorkommen, sind ziemlich häufig. Und was man dann macht, ist, die Tiere kann man mit einem Stift beschriften und kann dann eben feststellen, wie die Mobilität dieser Arten ist und auch die Anzahl in einem bestimmten Gebiet. Diese Daten sind jetzt noch nicht alle ausgewertet. Ich habe nur eine schnelle provisorische Auswertung mal gemacht, um eine kleine Idee zu haben, was wir da gefunden haben. Also man sieht hier unten diese drei Arten, alle gehören zu den Edelfaltern. Und man sieht zum einen die Neufänge, die Anzahl der Wiederfänge darunter und die daraus mit speziellen Programmen geschätzte Zahl der wohl tatsächlich in diesem Bereich von 10 Hektar vorhandenen Falter mit einer Dichte von 20 bis 40 Faltern pro Hektar. Das ist also schon recht beachtlich und die genaueren Mobilitätsauswertungen müssen wir halt noch machen. Ja, das sind so ein paar Schlaglichter zur Geschichte, also meiner Geschichte, meiner Beziehung zu La Gamba. Und dann jetzt gehe ich mal ein bisschen zu den Schmetterlingen. Wie gesagt, Schmetterlinge sind Nachtfalter und Tagfalter, eigentlich größtenteils Nachtfalter. Aber da habe ich relativ wenig jetzt zu gemacht, deswegen zeige ich nur wenige Nachtfalter. Einmal dieser hier, den hatten wir ja eben schon mal gesehen auf der Hand von Thomas. Das ist einer der größten in Costa Rica, also sehr eindrucksvoll als Nachtfalter auch zu erkennen anhand der Fühler. Die sind ja meistens bei Nachtfaltern eben sehr vielgestaltig und nicht so kollenförmig verdickt wie bei Tagfaltern, aber es gibt da auch in Tropen Ausnahmen. Hier als Beispiel auch nochmal ein anderer, das ist ein Augenspinner und hier mal noch eine andere Arten von Augenspinner, die ist in diesem Fall aus dem Gebirge. Aber es gibt auch, das sind also sehr große Arten, es gibt aber durchaus auch sehr kleine Arten, wie zum Beispiel hier, ist ein ganz kleiner Wickler. Trotzdem oft auch sehr farbenprächtig und auffällig. Dann, ja, diese Falter, da denkt man, das wäre also eher ein Tagfalter, der fliegt nämlich auch tagsüber rum. Und gehört zu der Familie der Casteniden, die gibt es bei uns gar nicht, ich glaube, eine Art im Mittelmeerraum. Und dieser Falter flog direkt an dem Commodore herum sogar, direkt an der Station. Es ist aber auch ein Nachtfalter, gehört nicht zu den Tagfaltern. Und eine weitere Art von Nachtfaltern, wo man auch denkt, naja, das ist ja so ein bunter, und der sieht so aus wie ein Schweibenschwanz ein bisschen, fliegt auch wirklich am Tag herum mit schillernden Farben, grünen Farben. Das ist eben auch eine Nachtfalterart, die gehört zu den Uraniden, Urania-Fulgens in dem Fall. Ja, das war nur ein Beispiel für einige Nachtfalter. Und ich weiß nicht, es gibt natürlich auch jetzt Studien dazu, die gerade noch laufen. Und vielleicht hören wir da mal einen Vortrag. Auch der Armin Det hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Ich kann das hier mal zeigen. Das ist auch in der Gamma entstanden. Und er hat dort ganz tolle Fotos der Nachtfalter angefertigt, die die Tiere auch in ihrer lebenden Haltung zeigen. Also das kann ich dringend auch empfehlen für Leute, die sich für Nachtfalter interessieren. Und das ist halt auch eine extrem spannende Gruppe mit sehr viel, einer großen Formvielfalt, sehr farbigen Arten. Oft auch, manche sind auch unscheinbar. Also es gibt alles dort, auch eine sehr interessante Gruppe. Ja, aber jetzt kommen wir also dann schwerpunktmäßig weiter zu den Tagfaltern und fangen an hier mit den Schwalbenschwänzen. Einmal ist das eine der auffälligsten Familien. Zum Zweiten ist es auch tatsächlich phylogenetisch die älteste Gruppe. Also das ist nur eine basale Gruppe bei den Tagfaltern tatsächlich. Und die ist auch die meisten auch bekannt. Wir haben ja auch ein paar Arten von Schwalbenschwänzen. Also der sogenannte Schwalbenschwanz eben, der kommt auch in Europa überall vor. Und in Costa Rica gibt es da durchaus sehr verschiedene Arten. Also dieser hat sogar eine gewisse Ähnlichkeit, auch so ein schwarz-weißes Muster. Die Raupen sind ganz witzig. Die sehen meistens als kleine Raupen aus wie Vogelkot. Und als größere Raupen, dann sind sie alliges Grün und ganz gut getarnt. Viele Arten von Schwalbenschwänzen sehen so aus. Die sind wie dieser Parides. Und die findet man dann meistens im Primärwald. Die sind oft schwarz, rot und weiß gefährt in unterschiedlicher Ausprägung. Hier haben wir eine Art von der Oberseite. Hier eine andere Art von der Unterseite. Und nochmal eine Art, die etwas mehr Rot wieder hat. Die sind also oft recht schwer zu unterscheiden. Die Raupen leben an Lianen, Aristolochia-Arten. Und wie Falter fliegen deswegen auch meistens so am ehesten auf Lichtungen im Primärwald zu finden. Und dann kommen wir zu einer anderen Familie, den Dickkopfhaltern. Die werden oft gar nicht für Tagfalter gehalten, weil sie sehr unscheinbar oft sind. Relativ klein, so herumschwirren, sich also anders verhalten als die meisten anderen Tagfalter. Manche Arten sind unseren Dickkopfhaltern recht ähnlich wie diese Art hier. Und viele der Arten leben an Gräsern. Und deswegen sind sie relativ häufig auch in gestörten Bereichen. Da findet man also zum Beispiel im Sekundärwald hier, findet man sie oft dann leichter als im Primärwald. Viele Arten sind bräunlich, manchmal mit weißen Mustern. Hier ist also wie diese Art hier, die ist noch nicht mal bestimmt, ist also auch nicht leicht. Es gibt keine gute Bestimmungsliteratur für diese Familie. Hier eine Art, die so ein bisschen auch unseren Dickkopfhaltern ähnelt, Pyrogus euleus, die ist mal bestimmt. Und da gibt es aber auch ein paar ausgefallene Formen, wie zum Beispiel hier Urbanus. Die haben lange Schwänze, hier also ein bisschen wie ein Schwalbenschwanz, obwohl sie damit keine Verwandtschaft haben. Und in den Tropen gibt es insbesondere in den Neotropen auch einige sehr bunte Arten, wie zum Beispiel diese Pyropüge mit dem roten Kopf. Und da gibt es noch einige noch buntere Arten, von denen ich leider kein Foto habe, die also sehr auffällig sind und relativ groß sind. Gut. Das also zu den Dickkopfhaltern. Eine andere Familie, die sehr auffällig eigentlich ist, das sind die Weißlinge. Wobei das hier ist ein Vertreter der eigentlich der Gelblinge, also der Unterfamilie, der Choliadinen. Das sind die Gelblinge. Die findet man eigentlich fast überall in Costa Rica, auch in den sehr stark gestörten Bereichen. Das ist eine kleine Art oder auch hier eine größere Art, die Phöbis Senne. Die Raupen ernähren sich von Senna- oder Cassia-Arten. Das sind also Fabaceen, Schmetterlingsblütler, die als Sträucher dort sehr häufig vorkommen. Und die Falter können in großen Mengen auch gefunden werden, machen auch Wanderungen und sind im Offenland, wie hier auf diesen Weiden zum Beispiel, in großer Zahl zu finden. Man muss sich mal bedenken, dass das dann Arten sind, die im Regenwald eigentlich auch vorkommen, aber dort normalerweise selten sind. Die sind sehr mobil, können dann schnell Lichtungen besiedeln, wo dann auch die krautigen Pflanzen wachsen oder eben schnell wüchsige Pionierpflanzen wachsen. Und im Regenwald sind sie eher selten, aber in der Kulturlandschaft haben sie natürlich gewonnen und breiten sich enorm aus und sind in großer Zahl dann zu finden. Das sind also die Gewinner der Regenwaldzerstörung, aber es sind im Verhältnis doch nur wenige Arten. Und auch bei den Weißlingen gibt es auch nicht nur solche Arten zum Beispiel, sondern hier ein ganz was Witziges, ein bisschen durchsichtige Art. Die empfindet man also nicht so in der Kulturlandschaft. Und die ist auch gleich zum ersten Beispiel für eine besondere Form von Mimikrie, also das Nachahmen anderer Arten. Also es gibt sehr ähnliche Arten, die auch so ausschauen. Wir haben da nachher nochmal spannende Beispiele. Das also zu den Weißlingen. Dann eine große Gruppe von Arten sind die Bläulinge. Die sind dann häufig eher klein und nicht so ein bisschen unscheinbarer, aber haben oft schöne, auch farbige blaue Oberseiten. Die Bläulinge, die bei uns eigentlich häufig sind, die Gruppe, das sind diese Polymatien. Da gibt es relativ wenige, weil das sind nämlich Arten offener Lebensräume. Das ist hier eine Art, die man da findet. Viel häufiger sind die ganzen Zipfelfalter und die Zipfelfalter, da gibt es in Europa nur relativ wenig Arten und in den Neotropen ganz, ganz viele. Die leben nämlich meistens an Bäumen als Raupe und die findet man oft da in den Baumkronen. Typisch halt diese Zipfelchen, deswegen heißen sie es so, mit denen vermutlich Fressfeinde irritiert werden. Das heißt, die picken dann nach den Schwänzchen mit den Augenflecken und das rettet dann den Falter, weil diese Schwänzchen sind nicht wichtig. Aber der Körper wird halt dann nicht gefressen und der Falter kann entkommen. Hier mal noch eine andere Art. Man sieht leider die Oberseite ist auch schön dunkelblau gefährt. Aber es gibt auch ganz andere wieder. Auch hier gibt es zum Beispiel so bunt gestreifte, wie den Ararvacus togana, der ist relativ häufig auch um die Station herum zu finden. Eine sehr ähnliche Art, aber sogar eine andere Gattung. Hier auch eben eher eine Form von Mimigris, Cygnus phaleros. Und eine weitere, die man also recht häufig direkt auf der Station findet, ist diese Art, die sitzt oft an Helikonia und legt auch dort die Eier ab. Das ist drüben an Megarus. Also das sind die Zipfelfalter von den Zipfelfaltern. Und im Leuling kommen wir zu einer ganz spannenden Familie, den Würfelfaltern, den Riodeniden. Das ist eine Gruppe, die fast ausschließlich in der Neotruppe verbreitet ist. Und in den anderen Kontinenten gibt es nur ganz einzelne Arten. Also bei uns zum Beispiel in Mitteleuropa gibt es nur eine einzige Art dieser Familie, den Frühlings-Schenkenfalter. Das ist aber gar kein Schenkenfalter, sondern eigentlich im Frühlingsjahr ein Würfelfalter. Und die sind ganz ungewöhnlich, weil sie sehr, sehr vielgestaltig sind und viele andere Arten auch nachmachen in Familien. Hier eine Raupe davon, die oft auch wie bei den Bläulingen in Vergesellschaftung mit Ameisen leben, also in Symbiose. Und hier mal ein Beispiel, die Euselasia, die ist relativ nah noch verwandt mit unserer heimischen Art. Aber die meisten sehen eher so aus zum Beispiel, haben so ein bisschen, ja auch so große Augenflecken. Und das hier ist eine spannende Art. Hier hat einen extrem langen Rüssel, da hat auch eine Studentin das mal genauer untersucht, einen der längsten Rüssel, überhaupt bei Tagfaltern. Und auch in vieler anderer Hinsicht sind diese Arten ungewöhnlich. Also hier, hier mal noch wieder eine andere Variante, diesmal mit Braun und Weiß. Und was ungewöhnlich ist, dass diese Arten oftmals auch gar nicht mitten am Tag fliegen, sondern im frühen Morgen oder am späten Nachmittag so eher in der Dämmerung. Die Falter sitzen oft auch eher versteckt. Die setzen sich zum Beispiel unter Blätter, ähnlich wie viele Nachtfalter das tun, wie zum Beispiel Spanner und so. Und deswegen entgehen sie oft unserer Aufmerksamkeit und werden oft übersehen. Also man muss schon wirklich sehr genau hingucken, um diese Arten zu finden. Viele sind auch, manche sind auffällig oder denken auffällig, aber manche sind auch sehr klein. Das ist zum Beispiel eine sehr kleine Art, die man schnell übersehen kann. Und Califiles Laverna, aber sehr hübsch auch gezeichnet. Und diese Arten findet man am ehesten, ja, entlang von Galeriewäldern zum Beispiel. Das ist dann oft einfacher als im Primärwald, wo sie dann wohl eher in den Baumkronen sich aufhalten. Nochmal eine andere Art, auch sehr klein und unscheinbar. Man muss schon sehr genau hingucken, um die zu bestimmen mit ihrer oft zu ähnlichen Zeichnung. Und andererseits dann eben Arten wie diese hier, die einen Nachtfalter nachahmt und ganz bunt gefärbt ist. Sogar so etwas Auffälliges wie hier diese Ancyluris, die ein bisschen aussieht wie ein Schwalbenschwanz und wieder eine ganz andere Form hat. Da habe ich auch nur ein Tier mal gesehen, also die sind nicht so allzu häufig. Und dieses Jahr auch mal eine Überraschung, eine Riodenide hier gefangen von einer Springspinne. Sonst hätten wir die wahrscheinlich gar nicht gesehen. Die hat also trotz der bunten Färbung, die darauf hindeutet, dass die Art giftig ist, aber lässt sich davon auch nicht abschrecken, diese Springspinne. Also das Tier war tot, aber noch ganz frisch. Ja, von den Würfelfaltern und Giftigkeit hatte ich gerade schon angesprochen. Ja, oftmals zeigen ja die bunten Farben, dass die Art giftig ist und von Vögeln zumindest dann nicht gefressen wird. Und sowas ist auch der Fall bei den, zum Beispiel bei Monarchfaltern, der gehört zu den Edelfaltern. Das ist jetzt eine der größten Familien, die auch bei uns sehr gut vertreten ist. Aber diese Unterfamilie, die Monarchfalter, davon gibt es eben höchstens bei uns im Mittelmeerraum zwei Arten, aber nicht in Mitteleuropa. Und der Monarch ist ja sehr berühmt. Der macht ja große Wanderung in Nordamerika. Da zeige ich gleich nochmal ein paar Bilder. Hier vielleicht erst nochmal die Raupe. Die Raupe leben eben an giftigen Hundsgiftgewächsen, Asclepias, und übernehmen eben diese Giftigkeit auch als Falter und werden deswegen, also sind deswegen gut geschützt. In Nordamerika ist die Art halt wohl die bekannteste Schmetterlingsart überhaupt. Und zwar deswegen, weil sie nur als Wanderfalter auftaucht und dann in großen Scharen in Mexiko überwintert. Und ich hatte das Glück, einmal auch nach einem Aufenthalt in La Gamba zusammen mit dem Werner mal in Mexiko das auch zu sehen auf dem Rückweg. In den Bergen, gar nicht weit von Mexiko City tatsächlich. Also da sieht man diese Stellen. Und das sind wenige kleine Gebiete in den Wäldern dort, wo die Falter überwintern. Und das muss also immer, die müssen eine Temperatur haben, so um den Gefrierpunkt. Wenn es zu kalt wird, dann sterben sie. Aber wenn es zu warm ist, brauchen sie zu viel Energie. Also das ist der Grund, dass die nur an wenigen Stellen dort überwintern können. Man sieht also hier die Bäume wirklich voll mit den Faltern. Und ja, hier ein Bild von mir mit mal einem kleinen Zweig mit dem Monarchfaltern. Es liegen auch überall auf dem Weg Totefalter rum, also es sterben auch viele, aber trotzdem ist anscheinend das die beste Methode, um erfolgreich zu überwintern. Aber in Costa Rica wandern die Tiere nicht. Also da sind sie immer zu finden und man kann sie ja das ganze Jahr über dort sehen. Und es ist auch nicht die einzige Art. Es gibt dort weitere Verwandte. Monarchfalter hatten zum Beispiel diese dann aus Gelippus. Sieht sehr ähnlich aus, ist aber wieder eben eine andere Art. Und von dieser Art hier, Le Correa Hallia, habe ich gar kein Foto vom Falter leider, aber man sieht hier nochmal die Raupen. Sieht wieder anders aus, nur so schwarz-weiß. Und die Puppe, die wie so ein kleiner Edelstein ausschaut. Auch zu den, also in der neueren Taxonomie, da gehören auch die Itumiin zu dieser Unterfamilie. Das ist hier mal die Aerea, sieht das mal wieder ganz anders, schwarz-gelb, aber auch wieder eine Warnfärbung. Und sehr viele Arten haben so eine Tigerfärbung, wie hier diese Itumiin mit Orange, Gelb und Schwarz. Und das ist wirklich unglaublich, wie viele sehr ähnliche Arten es dort gibt, die anscheinend auch Mimikri machen. Hier zum Beispiel die Mechanitis, ist eine relativ häufige Art. Mechanitis Polymnia, die findet man auch sehr häufig in der Nähe der Station, auch an gestörten Stellen. An der Seite sieht man noch die Raupe, die ganz lustig ausschaut. Und die ernähren sich eben auch meist von giftigen Pflanzen. Wieder eine andere Art, gleiche Gattung, auch wieder eine Streifenfärbung, Tigerfärbung oder hier die Milinea Skilax. Und die Hibuskada, nochmal was anderes. Da fragt man sich manchmal schon, wie können sich die Arten überhaupt alle unterscheiden? Naja, zum Teil riechen sie wahrscheinlich auch verschieden. Und zum anderen, das haben wir mal in einem Praktikum untersucht, polarisieren die, also werfen sie polarisiertes Licht unterschiedlich zurück. Wir können das nicht sehen, aber Schmetterlinge können das sehen. Also hier zum Beispiel ein Beispiel von drei sehr ähnlichen Arten. Und man sieht, dass die ersten beiden also kein polarisierendes Licht zurückwerfen, aber die dritte schon. Und also das mag eine Rolle spielen, es muss eigentlich auch noch näher untersucht werden, wie weit das wirklich funktioniert. Also vielleicht nur auch eine Erinnerung daran, das, was wir sehen, ist nicht das, was die Schmetterlinge sehen. Schmetterlinge sehen auch zum Beispiel UV, was wir nicht wahrnehmen können. Sie riechen natürlich auch und so weiter. Das heißt, die Wahrnehmung, die wir haben, ist halt nicht übertragbar. Da muss man immer dran denken, wenn man das untersucht. Ja, von diesem Danain zu den Charaxin. Das sind eine Gruppe von Arten, die in der Hauptsache in Afrika verbreitet sind. Also wir haben in Europa nur eine Art, den wunderschönen Erdbeerbaumfalter im Mittelmeerraum. Falls den mal jemand gesehen hat, einer der schönsten Tachfalter Europas überhaupt. Hier, das ist eigentlich eher eine unscheinbare Art, die in Costa Rica hier vorkommt. Und er gut getarnt ist, aber ziemlich groß. Eine andere hier, Consul Fabius, das gleiche, sieht aus wie ein Blatt. Und noch eine, die Fontanea ebenfalls. Oberseits sind die oft relativ bunt, lassen sich aber leider so nicht fotografieren, weil die immer ihre Flügel zusammenklammen. Deswegen sieht man das kaum. Eine weitere Unterfamilie, die auch bei uns sehr weit verbreitet ist, das sind die Augenfalter. Augenfalter sind ja insbesondere auch bei uns in den Bergen sehr häufig die ganzen Moorenfalter gönnt zum Beispiel dazu, die man ja auch in Österreich findet. Und auch viele andere häufige Arten, die eben an Gräsern fressen. Also deswegen haben sie halt eine gute Chance bei uns. In den Tropen sind Augenfalter gar nicht so häufig, aber man sieht sie relativ leicht, weil sie oft unten im Wald herumfliegen und also nicht im Kronendach und am Wege. Und deswegen kann man sie dann eher feststellen. Viele sind auch relativ unscheinbar hier, wie diese Cissia, Pseudoconfusa. Eine andere Art, sieht ähnlich aus auf der Unterseite, aber oberseits schillernd blau, ist dann schon sehr hübsch, wenn sie fliegt. Viele Arten sind relativ klein, aber zum Beispiel manche auch recht groß. Die heißt dann auch so Magnooptychia libia, die fliegt auch in der Nähe der Station. Und manche, die werden eher wirklich kaum beachtet, wie zum Beispiel hier diese Hermooptychia hermes. Die sieht wirklich nach nichts aus, sehr klein und eher unscheinbar. Und das hat auch dazu geführt, solche Arten werden eben auch nicht so beachtet. Und in der neueren Zeit hat man festgestellt, dass es in Willigkeit gar nicht eine Art ist, sondern dass es sich um einen Komplex von Arten handelt. Hier sieht man also einen Baum. Das ist von der Arbeit, die ist jetzt vor kurzem erst erschienen, von ein paar Jahren zu diesem Komplex. Und allerdings mit Material aus der Neotropis, aber nicht aus Costa Rica. Und ich bin froh, dass wir noch Material hatten aus diesen Aufenthalten, aus den ersten Jahren. Und die Xenia, die hier im Bild zu sehen ist, unsere FEJlerin, hat sich diesen DERA mal angenommen, jetzt vor kurzem. Und wir haben dann schon mal eine erste Auswertung gemacht, was es sich eigentlich für Arten handelt jetzt in La Gamba. Und wir haben festgestellt, dass es sich um diese beiden Arten handelt und nicht um die Hermes tatsächlich. Also aber auch ein Zwei. Deswegen kann ich gar nicht sagen, was es jetzt wirklich ist, dieser Falter, weil die sehen sich extrem ähnlich, die beiden, diese beiden Arten. Anderswo in Costa Rica kommen aber auch andere Arten vor. Also diese drei anderen haben wir auch gefunden in dem Material von anderen Standorten aus dem Bergregenwald und aus anderen Stellen im Pazifikregenwald. Man sieht also auch aus einer Art werden also jetzt mindestens fünf Arten. Und ich hatte auch früher schon gedacht, naja, das angeblich kommt diese Art überall vor. Also das ist sehr ungewöhnlich, weil das passiert eigentlich in Costa Rica sonst gar nicht. Und es ist auch nicht so. Also diese Hermes kommt tatsächlich nur um San Jose vor anscheinend und die anderen eben manche nur im Bergregenwald, manche nur im Tiefland. Und das sind eben doch unterschiedliche Arten, wie ich das am Anfang auch schon mal gesagt habe. Das war halt noch nicht beachtet. Also wir müssen daran denken, dass vielfach noch kryptische Arten da lauern und noch unentdeckt sind. Und eine andere, relativ auffällige Augenfalter, hier mal so ein bisschen mit dem Streifenbrüster, sowas ähnliches hatten wir ja auch schon mal bei anderen Arten gesehen, auch bei Bläulingen. Die kann man fast verwechseln. Die sehen sich auch relativ ähnlich von Weipen. Oder hier eine Art, die wie ein Blatt ausschaut, die Pirella Luna. Und manche, die haben auf der Oberseite dann noch auffälligere Färbung. Hier ist mal ein Beispiel von einer Art, wo dann der Hinterflügel beschädigt ist. Da hat anscheinend schon mal einen Vogel nachgepickt. Und man sieht also deswegen die Oberseite durch. Die würde man sonst gar nicht erkennen. Deswegen sieht man hier die Farbe. Und es gibt auch hier manchmal, wie man es in anderen Gruppen auch hat, sogar durchsichtige Arten, wie diese Ceteriospireta, wo man durchschauen kann. Aber auch wieder mit den Augenflecken auf den Hinterflügeln. Ja, Augenflecken, Augenflecken. Hier ist auch eine sehr auffällig. Diese Bananenfalter, die kennen manche vielleicht auch aus den Schmetterlingshäusern, wo die gerne gezeigt werden. Die fliegen oft in der Dämmerung erst, sitzen sonst irgendwo an einem Stamm tagsüber herum. Also die fliegen tagsüber kaum herum und haben auch diese extrem auffälligen Augenflecken. Ja, die Raupen ernähren sich also von manchen Arten zumindest. Also von Bananen, deswegen sind die zum Teil relativ häufig. Hier, das ist so mal ein Beispiel für die Raupen hier auf der Unterseite eines Bananenblatts. Und wir haben uns schon mal gefragt, ja, was hat eigentlich, haben diese Augenflecken wirklich von Einfluss? Hilft das, dass sie nicht gefressen werden? Und wir haben dann in einem Kurs mal Experimente gemacht mit künstlich veränderten Augenflecken. Ja, wir haben also die ausgedruckt und im Computer verändert. Man sieht größer, kleiner gemacht oder ganz eliminiert. Und dann geschaut, wir haben uns dann einen Mehlwürmer da angebracht und geguckt, ob die dann gefressen werden. Und man sieht also in der Grafik unten, dass also die beste Überlebensrate hat tatsächlich der Wildtyp. Das ist oben die blaue Kurve. Während die Veränderten eine geringere Lebenserwartung haben. Also auch der mit den sehr großen Augenflecken. Vielleicht ist das dann doch zu auffällig. Vielleicht gibt es dann irgendwie so eine optimale Größe. Nicht zu groß, nicht zu klein, damit man möglichst nicht gefressen wird, während man da sitzt am Baumstamm. Nochmal eine ganz andere Gattung. Auch hier, die ist sehr, sehr unauffällig. Ja, das war mein Glücksfall. Da habe ich glaube ich auch nur ein Tier mal gefunden. Da muss man schon viel Glück haben, die überhaupt mal zu sehen. Hier diese Katoblebia zum Beispiel. Und aber relativ nah verwandt und auch zu den Augenfaltern inzwischen gehörig sind die Morphos. Das sind natürlich so die mit die berühmtesten Schmetterlinge Südamerikas mit ihren blaustellenden Oberseiten. Hier Morpho hellenor ist so einer der häufigsten Arten. Und da habe ich tatsächlich auch mal Glück gehabt, einmal die Oberseite zu erwischen, was echt selten ist. Weil wie gesagt, normalerweise falten die die Flügel immer zusammen. Und sehen dann eben so aus. Und auch wieder mit den Augenflecken. Das ist die gleiche Art, der Morpho hellenor. Die Raupen hier sehen ganz witzig aus, mit langen Haaren. Und diese Arten werden jetzt oft auch in Schmetterlingshäusern gezeigt, wo man sie auch bewundern kann. Hier haben wir mal Glück oder der Falter hat ein bisschen Unglück. Der wurde eben beschädigt und da sieht man dann die Oberseite durch und wieder die Unterseite mit den Augenflecken. Zur gleichen Familie, aber zu einer anderen Unterfamilie, den Nymphalin, gehört zum Beispiel diese Art. Diese Unterfamilie, die kennen wir hier auch in Europa sehr gut. Das sind so die, sagen wir mal, bekanntesten Tachfalter, gehören dazu, wie zum Beispiel das Tachfrauenauge, der kleine Fuchs, Trauermantel und so weiter. Und diese Art sieht auch so ein bisschen aus wie unser Landkärtchen, hat auch eine ähnliche Größe und kommt dort auch häufig an gestörten Stellen vor. Also nicht nur im Regenwald. Eine sehr hübsche Art, die so ein bisschen an unsere Schenkenfalter erinnert, aber viel bunter ist, ist diese Klosüne. Da habe ich sogar den ganzen, auch die verschiedene Stadien dokumentieren können. Hier die Unterseite erstmal und dann die Raupen. Die sehen eben auch ein bisschen ähnlich aus wie unsere Raupen vom Tachfrauenauge zum Beispiel, die eigentlich nicht diese roten Punkte haben, aber auch diese Dornen am Körper. Auch in Costa Rica gehören zu dieser Gruppe einige der allerhäufigsten Arten. Ich hatte ja schon gezeigt, diese Studie, die wir gemacht haben in der Ölpalmplantage. Da gehört, also eine der Arten war diese Anacea iatrophae. Das ist eine Art, die also wirklich auf den Weiden und den offenen Flächen in großer Zahl vorkommt, weil die Raupen auch an solchen, an Kräutern da fressen. Also hier zum Beispiel so eine, hier das ist die Weide da in der Nähe der Station. Da kann man die also in wirklich einer ganz großen Zahl finden. Eine andere Art, die ein bisschen mehr Schatten braucht, also eher so ein bisschen am Rande von Wäldern fliegt oder eben auch Ölpalmplantage oder da, wo ein bisschen Sträucher stehen, ist diese Anacea Fatima. Also die gleiche Gattung, sieht aber ganz anders aus. Und zum Beispiel hier diese Ölpalmplantage, das war die, wo wir diese Studie gemacht haben. Da war diese Art sehr häufig. Auch verwandt ist diese hier, die ist aber relativ selten. Die Junonia eva rete, die hat auch sehr auffällige Augenflecken auf der Oberseite. Die sieht man dann eher vereinzelt. Und ja, eine der größten Arten, ja, oberseits so braun, hell und dunkelbraun gefärbt, unterseits wieder wie am Blatt hier an einer Banane saugend, kann man auch mal vereinzelt sehen. Und abgesehen von diesen Tarnfarben, also es gibt sogar grüne Tachfalter, das sind eigentlich sehr wenige Arten, die so grün sind. Aber wir werden später noch mal eine andere sehen, die sich, die dieser hier sehr stark ähnelt, aber zu einer ganz anderen Unterfamilie gehört. Das ist hier die Siebrüter stillenis und die ist wirklich super gut getarnt dann im Regenwald. Auch zu dieser Unterfamilie gehört diese Kolobura diersse mit einer sehr auffälligen Flächenzeichnung. Es war eine Überraschung, als man vor wenigen Jahren dann eine neue Art entdeckt hat, die also gar nicht bekannt war der Wissenschaft. Und die diese Art sehr ähnlich sieht, aber eine ganz bisschen andere Flächenzeichnung hat. Also die eine Binde ist ein bisschen breiter und so. Und das war also auch eigentlich eine kryptische Art. Die ist in Costa Rica auch jetzt gefunden worden, aber ich habe leider noch kein Foto von der. Die scheint ein bisschen seltener zu sein als die Kolobura diersse und heißt Kolobura annulata. Und ja, dann eine breite Unterfamilie ist die Zyrestine. Das ist mal eine Unterfamilie, die es in Europa gar nicht gibt. Und ja, die vereint so ein bisschen ein paar Merkmale von, manchmal von anderen Familien wie Schwalbenschwänzen mit diesen Edelfaltern. Hier auch mit diesen Schwänzchen halt, ist aber auch ein Edelfalter. Hier Mappesia merops, sehen wirklich ganz hübsch aus. Und hier gleiche Gattung, aber dann eine ganz auffällige Färbung, diesmal mit so einem Rot-Braunen. Ja, die Mappesia petreus. Unterseits ist die auch wieder sehr gut getarnt wie ein Blatt. Eine weitere Unterfamilie, auch diese kommt in Europa nicht vor, das sind die Biblidin, auch sehr vielgestaltig. Da gibt es einmal zum Beispiel diese Dynamina-Arten, die sind sehr bunt zum Teil und saugen meist nicht an Blüten, sondern zum Beispiel an feuchten Stellen. So ein bisschen wie unsere Schillerfalter. Da gibt es auch sehr ungewöhnliche Arten wie diese Hamadruas. Auf Englisch heißen die auch Cracker, weil die nämlich knackende Laute von sich geben. Wenn sie also, wir fliegen auch in der Nähe der Station herum und wenn die so Paarungsspiele machen, hört man das also laut knacken. Das ist also schon sehr ungewöhnlich, wenn man das hört. Das sind, soweit ich weiß, außer dem Totenkopf, der manchmal so Zierblaute macht, so die einzigen Tachwalter, die so Töne fabrizieren. Da gibt es mehrere Arten, die alle sich auch recht ähnlich sehen und so interessant gefärbt sind, so interessant gemustert wie hier. Das ist die Ferronia. Dann gibt es die Guatimalena. Ja, und es gibt noch weitere Arten. Sind leider nicht leicht zu fotografieren, weil sie ziemlich scheu sind und ja, es ist nicht einfach ein Foto davon zu machen. Eine weitere Unterfamilie, die wir aus Europa Eisvögel nennen. Ja, also wir haben da einen großen kleinen Eisvogel. Die sind also so dunkelbraun und weiß gefärbt. Und zu dieser Unterfamilie gehören auch die Adelpha-Arten. Das ist eine riesige Gruppe, eine riesige Gattung mit enormer Artenvielfalt in der Neotropis. Die häufigste Art, die man also allenthalben auch um die Station herum sieht, ist die Adelpha-Cyterrea. Die ist nämlich relativ gut an Kulturland angepasst, lebt eben als Raupe wohl, ich weiß gar nicht genau, war an einer eher häufigen Art. Liegt zum Beispiel auch in dieser Ölpalmenplantage. War die dritte Art, die wir da untersucht haben. Alle anderen Arten dagegen sind auf den Primärwald beschränkt. Und ich habe hier mal so ein paar zusammengestellt. Man sieht, das ist eine Variation, immer wieder der gleichen Farben. Ja, dunkel und hellbraun mit weiß. Aber ja, etwas unterschiedlich. Zum Beispiel die oben, die sehen sich sehr ähnlich, aber es sind klein leichte Unterschiede. Und es gibt noch eine Menge anderer Arten, die alle sich sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Also die zu bestimmen ist nicht immer leicht. Unten, das ist ein bisschen leicht, die hat dann kein Beiß. Ja, aber sind wirklich, und die halten sich fast immer im Kronendach auf, sind also deswegen auch sehr schwer zu fotografieren. Ja, und dann komme ich eigentlich schon zu den, vielleicht mit auch neben den Morphus berühmtesten dieser Familie. Das sind die Helikonien. Hier mal so ein schönes Foto von so einer Gruppe. Das hat der Werner übrigens gemacht. Also das ist ganz toll, das ist eine Schlafgemeinschaft, die sammeln sich da. Aber meistens sieht man sie einzeln. Zum Beispiel entlang von Bächen, wie hier, fliegen sie oft patrouillierend entlang. Und das sind also Arten, die meisten Arten fliegen also nur im Regenwald. Nur einzelne kommen auch in gestörte Bereiche. Vielfach sind sie sehr auffällig. Sie sind eben auch giftig, die meisten Arten und werden eben nicht gefressen und können sich dann erlauben, sehr bunt zu sein. Und es gibt eine ganze Menge Mimikringe in dieser Gruppe. Also manchmal sind verschiedene Arten sehr, sehr ähnlich gefärbt. Auf der anderen Seite sind die Arten in verschiedenen Gebieten dann wiederum unterschiedlich. Sie haben also geografische Rassen. Hier eine häufige Art von La Gamba auch. Es gibt aber auch die Heliconius melpomene, die sehr, sehr ähnlich ausschauen kann. Da muss man ganz genau hingucken, um die zu unterscheiden. Eine weitere Art, die übrigens nur wirklich in Costa Rica und Panama vorkommt, ist die Heliconius pachinus. Die sieht man also häufiger dort im Regenwald herumfliegen. Und diese, also die ist sehr eng begrenzt, während zum Beispiel die Heliconius pachinus, die sieht man eher nur vereinzelt, die hat eine sehr weite Verbreitung und reicht bis in den Süden der USA. Ja, der Zebrafalter nennt man manchmal auch so. Wieder eine andere Art. Hier ist die Zara, ein bisschen blau dabei. Und all diese Arten sind sehr langlebig. Die können zum Teil fast bis zum Jahr leben, weil sie sich als Falter nicht nur von Nektar, sondern auch von Pollen ernähren. Das ist also auch eine Besonderheit. Die können diesen Pollen aufnehmen und dann dadurch eben mehr Proteine aufnehmen und haben so ein höheres Leben als die meisten anderen Tagfalter. Auch hier gibt es wieder Arten, die diese Tigerzeichnung haben, ja, Orangisch und Gelb und sich dann sehr, sehr ähnlich sehen. Hier die Heliconius esmenius oder hier die Hecale. Und ja, es ist sehr spannend, ja, diese verschiedenen Arten da zu unterscheiden ist nicht einfach. Hier gibt es nochmal welche, ja, eine andere Gattung, Laperus dorus, sieht eigentlich recht ähnlich aus, aber gehört sogar zu einer anderen Gattung. Bisschen wie die Zara. Oder hier die Orientis libya. Übrigens, diese Unterfamilie ist nächstverwandt mit unseren Pellmutterfaltern, die allerdings eine andere Flügelform haben, aber eher so ein bisschen aussehen wie dieser hier, also auch so orange gefärbt sind und unterseits Pellmutterflecken haben. Das haben die aber nicht. Und auch hier in dieser Unterfamilie gibt es dann wieder eine grüne Art, ja, die Phyletria dido, die man also schnell mit der Siprota stelenis verwechseln kann, aber die gar nicht nah verwandt sind. Ja, und dann habe ich nochmal ein Foto der Raupe hier. Das ist, also die Dyrus julia, das ist eine sehr relativ weit verbreitete Art, die kann man öfter finden, diese Raupen. Und die Biologie ist eben auch sehr spannend. Wir haben das also jetzt beim Aufenthalt nochmal gesehen, also schon bei der Eierablage fängt das an. Die Eier werden zum Teil von den Passionsblumen, an denen die leben, das sind also diese Rankenpflanzen, die werden zum Teil von den Pflanzen kopiert. Das heißt, die Blätter haben zum Teil Flecken, die aussehen wie Eier, um also die Weibchen davon abzubringen, da Eier abzulegen, weil die nämlich darauf achten, dass möglichst nicht zu viele Eier abgelegt werden an der Pflanze, damit die Raupen dann auch genügend zu fressen haben. Und das ist zum Beispiel eine Merkwürdigkeit. Und wer die Raupen mal sehen will und die Puppen, die kann man auch sehr oft in Schmetterlingshäusern sehen, weil das eine der wenigen Arten ist, die man, oder Gruppen, die man sehr gut auch bei uns züchten kann. Die vermehren sich ganz gut und zum Teil vermischen sich dann auch die verschiedenen Unterarten miteinander und auch Arten sogar. Und inzwischen sind diese Helikonius-Arten auch eine Modellgruppe geworden für Forschung zur Artbildung und Hybridisierung. Das kommt nämlich dort ziemlich oft vor und es hat sich sogar gezeigt, dass auch dadurch neue Arten entstehen können. Das hat man lange nicht für möglich gehalten, aber in dieser Gruppe wurde das bewiesen, dass also Hybridisierung zwischen Arten auch zur Artbildung führen kann und dass auch diese Merkmalskomplexe zum Teil anscheinend übertragen werden können zwischen verschiedenen Arten. Also das ist sehr spannend in evolutionsbiologischer Hinsicht und da hat man auch sehr viel dazu gelernt für die gesamte Biologie. Ja und mit diesem Foto bin ich dann auch zurück. Das war so ein kleiner, ja am Ende meines Vortrags und hoffe, ich konnte mal einen kleinen Überblick zeigen über die Vielfalt der neotropischen Tachfaltearten. Und vielleicht hat der eine oder andere dann auch mal Lust, sich damit näher zu beschäftigen. Und ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt gerne auch für Fragen zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank.